ja leute herzlich willkommen zu den letzten folgenden wir machen heute weiter und sollen hier mal irgendwas drehen ziehen wie auch immer machen wir doch glatt und damit öffnet sich die türe war der letzten folge davor stunden so alles mitnehmen ist jetzt hier rechts irgendwo aber ich guck mal gerade ob da links doch irgendwas war scheinbar oder doch hier klar hier links wenn ich aufpassen wir haben glaube jetzt die tablette über die tablette sonst nicht okay naja besser als nichts sonst nichts alles klar die der feinde ja komm wir diese nicht werden gibt ja ja Was ist das? So, der ist tot. Weißt du, ich habe damit jetzt ein Problem, oder was? So, ist gut mal jetzt irgendwann. Oh, den habe ich nicht gesehen zu spät. So, ich wusste noch, dass du ungefährlich bist. Ich glaube, dass ich das leider erledige. So. Nö. So. 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 Ich habe leider nichts zu werfen. Der ist tot. wir sind fast 25 aber wir haben es gut zu sagen dann irgendwann hingekriegt ich möchte mal gerne noch mal irgendwie durchgucken ich dachte meistens ja die das ist ja gerne mal so v-art schenken du hast mir hier zum beispiel ist hier doch irgendwas zur mutter ja so da geht es weiter so dann kann man auch nicht den hebel jetzt bedienen da können wir hier irgendwas mit runterfahren oder so aber ich dann haben wir hier noch irgendwas verlasse die mine und deswegen auch der aufzug wir haben einige sachen dazu bekommen jetzt neu die muss ich mir gleich mal angucken so dann schaffen wir den aufzug und fahren runter dann passt das perfekt mit den folgen oder warte mal hier habe ich das ist doch noch irgendwas da oben fällt mir gerade mal auf oder kann man da irgendwo hoch noch schnell kann ich da ist da noch eine kiste oder nicht weiße wie das eine kiste noch eingezeichnet oder was dann sehe ich das jetzt gerade einfach die 10 mal falsch aber das könnte sein dass wir hoch kommen oder da ist dann ja hoch dann fahren wir mal hoch klar du hast ja so viel da kommt bestimmt noch was pass mal auf ich bin noch nicht zu 100 prozent überzeugt dass wir hier raus sind ich bin irgendwo noch nicht zu 100 prozent überzeugt wir sind fast draußen sieh mal der aufzug doch wir sind raus ich hätte jetzt lederlich und ich zu 100 prozent oder doch also ich hätte erwartet doch was kommt irgendwo gerade so ein bisschen was gerade passiert ist ja halb so wild oder doch war es ich fürchte ich hatte genug abenteuer für einen tag vielleicht sogar für mein ganzes leben danke ohne dich hätte ich es nie geschafft wenn es dir nichts ausmacht muss ich jetzt mit lockt sprechen verstanden dann lasse ich euch allein ihre kobold geheimnisse sind bei mir sicher doch irgendwann schreibe ich ein buch über dieses abenteuer so tschüss nein aber irgendwo war ich nicht überzeugt davon ja so gold war nicht ein bisschen ja auch nicht viel gut das wird gar nicht sie bauen gigantische bohrer wir haben ihre pläne gefunden brand wird bestimmt nach den verhältnissen suchen ich fürchte da haben sie recht abgesehen von schloss ruckwood weiß ich aber nicht wo er zu suchen plant ich habe über etwas nachgedacht was sie draußen gesagt haben ja wenn sie rennrocks ansichten teilen warum helfen sie mir da ich hielt schloss ruckwood verlassen als ich mit meiner suche begann ich hätte nie gedacht dort eine hexe anzutreffen in einer improvisierten forschungsstätte sie hat so konzentriert gearbeitet dass sie mich fast nicht bemerkt hätte als sie aufsah dachte ich sie reagiert mit angst oder verachtung aber sie tat etwas was sie das ich nie vergessen werde ohne eine sekunde zu zögern lächelte sie und bat mich platz zu nehmen sie sagte sie sei forscherin und zeigte mir einen kleinen seltsamen behälter mit einem fremdartigen symbol sie meinte er sei aus kobold metall aber konnte ihn nicht öffnen sie wollte zusammenarbeiten miriam ja aber woher professor fix frau er hat von ihrer forschung erzählt und ich weiß von dem behälter er wie er fürchte ich sie von kobold sprach ihrer intelligenz und ihren talenten damit hatte ich nicht gerechnet nie haben mich hexen oder zauberer mit so viel respekt behandelt und zu meiner überraschung ließ ich sie den behälter untersuchen wenn ich mich dafür im schloss umsehen durfte wir trennten uns und sie versprach ihre erkenntnisse zu teilen mehr von rennrocks leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste behältnis rennrock war erfreut über unseren fund aber zornig als ich ihm von miriam erzählte ich sollte keine hexe vertrauen als ich hörte dass sie tot ist du glaubst rennrock hat sie ermordet ich will es nicht glauben aber ich weiß nicht danach veränderte sich etwas in mir ich hatte erlebt wie die macht der behältnisse rennrock verwandelt hatte und alle anderen auch da konnte ich nicht länger mitspielen danke lotcock dass sie mir das sagen ich sage ihnen das damit sie verstehen was auf dem spiel steht rennrock hat bretbaus bücher nie alle gefunden aber aus dem gefundenen gehen dass bretbaus irgendwie ein behältnis gebaut hat das noch größer ist als das unter schloss rookwood ihre heutige entdeckung beunruhigt mich zutiefst wenn rennrock erfährt wo sich das behältnis befindet steht uns ein großer krieg bevor fürchte ich ich finde heraus was rennrock weiß ich schicke meine eule alles nur koboldo gab abgeschlossen und wir erreichen level 25 so gucken wir mal was wir mit einer ausrüstung so haben nebenbei ein bisschen was gekriegt jetzt mittlerweile frage lohnt sich überhaupt irgendwas bei uns jetzt sinkt für die verteidigung und angriff also ich glaube eher weniger du könntest noch ein bisschen lange auf sie brauchen aber ja aber bei erster linie kann ich die dinge auch verkaufen jetzt haben wir hier irgendwas was die offensive stärkt passt so dann kann ich hier unten hier kann ich das ich brauche keinen schal so hier ist noch irgendwas was nochmal die verteidigung sinken lässt nein also brauchen wir es nicht können wir die Sachen die wir jetzt noch haben so verkaufen hier muss noch ein talentpunkt die haupttalente jetzt haben wir die hier gut hier könnte noch ein bisschen was kommen wir machen es aber den wir nehmen den hier wir führen uns die Magieanzeige für Protego alle talentpunkte werden wir sowieso nicht erfahren wir brauchen noch elf stück noch elf stück brauchen wir und den demigeiß mond 13 brauchen wir insgesamt noch zwei haben wir jetzt noch ein astronomie teleskop und wir haben hier irgendwo noch einen schreibtisch oder was war das hier das ding hier oder was war das ja scheinbar ja gut dann haben wir das auch gefunden gut dann gucken wir mal was die aufträge sagen Hausbesuch der Wilderer das können wir dann in der nächsten Folge machen und das sehen wir uns dann auf jeden Fall an bis dahin und tschau